So, einer mehr bitte, für mein Reich. Ne, komm, du willst es doch auch. Jetzt komm schon, also. Ach ja, herrlich, was? Ich bin jetzt sowieso schon gerade am überlegen, ob ich das überhaupt zeige. Also, ob ich das nicht einfach quasi einfach auslasse, das vorige, den vorigen Versuch, aber ich zeige ihn, glaube ich, trotzdem. Ihr wollt ja auch wissen, wie ich zu meinen Erfahrungen komme in diesem Spiel. So, da unten können wir dann einen Kornspeicher bauen, aber wir bauen, glaube ich, zuerst mal hier das Lagerhaus hin. Am besten so da oben hin gleich. Wäre, glaube ich, das Beste. Auf geht's, wir brauchen schnell Ressourcen. Toll. Oh Mann, das ist doch doof. Blöden Häuser. Können wir das irgendwo, bauen wir es eben doch da hin. Okay, ist ja gut. Geht jetzt vorrangig erstmal doch da rum. Na, du. Du wirst mein vierter Holzhacker. Ähm, es geht vorrangig jetzt erstmal doch darum, Holz und Stein zu holen. Das Gold brauchen wir jetzt ein bisschen später. So. Noch ein paar mehr Häuser, bitte. Das war ein sehr frühes Problem von mir. So. Wo kommst du auch noch mit her? Aber eins zum Goldhacken zu haben, ist vielleicht noch gar nicht mal so schlecht so vorsorgend. Hier unten kommt jetzt dann auf jeden Fall gleich ein Kornspeicher hin. Sobald wir das Holz haben, versteht sich. Na, sehr schön. Ihr beiden helft, und dann wird ein bisschen Bären gesammelt. Kommt mir keine Dorfwohnung jetzt mehr. Kommt schon, Leute. Letztens waren es doch so viele. Na gut, es sind ja auch schon ziemlich viele, wenn man es sich das so anschaut. Dann produzieren wir noch ein paar. So. Hm. Echt niemand mehr zu sehen. Schon nahezu gemein. Ähm. Gut. Noch ein Haus. Der nächste, der herauskommt, produziert die Kasernen für mich. Der ist ja auch noch am Holzsacken. Hm. Ja gut, das sollen wir zu Ende hacken. Dass dieser Baumstummel da weg ist. So, dann bauen wir mal wieder die Kaserne. Da oben hin. Ja gut, dann baut er. Dann hilfst du hier unten. Schaut es mit der Bevölkerung aus. Ganz gut soweit. Sehr schön. Hm. Ich möchte es vorerst aber trotzdem noch meiden, selbst zur Daten zu bauen. Ja, ich weiß. Das mit dem Speichern ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Aber wir speichern einfach mal unter Ballüste. Hat jetzt zwar nichts mit Ballüste zu tun, aber der Let's Play Speicherstand ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Hm. Du hilfst hier auch noch mit. Und noch einer. Kommt. Wir sind gerade im Rausch. Stein ist mittlerweile auch ganz okay. Kann ich nicht klagen. Es wäre schon mal ganz ratsam, jetzt einfach mal mit dem Priester ein bisschen vorzugucken. Ähm, ja. Haus. Mehr Häuser. Du hilfst hier noch weiter. Du bekehrst hier. Nicht angreifen lassen. Menschenskind. Du hast doch nicht ewig viele Lebenspunkte. Du regenerierst die doch auch nicht von selbst. Oh Mann, ey. Kleiner Bogenschützer und ich habe Probleme. Jetzt kommt er aber schon. Schön zu sehen. Aber die kommen wahrscheinlich von oben, ja. Was für Angriffstaktiken die machen. Das ist Wahnsinn. Das ist schon fast gemein. Aber nur was. Bitte, 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 bitte. Was soll denn das? Ey. Will ich es probieren oder nicht? Wir probieren es mal. Dann, dann, damit ich weiß, ob das wirklich am Spiel liegt. Ja, es geht. Okay. Ich verstehe nicht, wieso das vorher nicht geklappt hat. Und da schmeißt es mich auf den Desktop und dann wird gesagt, Age of Empires Exe funktioniert nicht mehr. Einfach so. Finde ich doof. Na gut, dann bauen wir eben ein paar Knüppelkämpfer. Toll. Nee, lassen wir es. Wir können eh nicht viel ausrichten. Wir müssen das so schaffen. Ihr helft mal alle hier unten mit. Wir müssen schnell das nächste Zeitalter haben. Du auch. Dann muss ich warten, bis sie hier kommen und irgendwas angreifen. Dann habe ich so ein bisschen mehr in der Ablenkung. Wie müsstet ihr eigentlich für die Nahrung reichen? Müsstest du jetzt mal ein bisschen schneller reinkommen? Hm. Warte mal. Aber ich darf meinen Priester jetzt am Anfang nicht verlieren, wie es letztes Mal passiert ist. Ich mache da einfach zu viel Miese damit. Priester ist die einzige Waffe, die ich jetzt am Anfang habe. Hm. Nichts. Schön hier. Haha, bis du hier bei mir bist. Boah, warum geht es jetzt einfach mal so schnell? Das ist voll zufallsabhängig, glaube ich. Kommt. Macht von mir aus das Haus kaputt. Wenn ich dadurch die Zeit bekomme, die ich brauche. Und ihr zwei hackt dann den einen kaputt. Sehr schön. Und los, bevor das Haus... Ach, schade. So, Update geht. Sehr schön. Du gehst mal hoch und baust das Haus wieder auf. Das will ich dann doch nicht so auf mir sitzen lassen. So, dann machen wir uns gleich die Axtkämpfer und gucken mal, ob wir ein bisschen aggressiv gleich am Anfang werden können. Hm. Ist ja ganz interessant, warum das jetzt vorhin immer abgeschmiert ist. Naja. Manche Sachen muss man einfach nicht wissen. Wow, wow, wow. Da geht es ja schon wieder... Nein, nein, nein. Nicht der Bogenschütze. Verdammt, was soll das? Warum ist hier ständig so ein verfluchter Bogenschütze? Oh Mann, das macht doch keinen Spaß. Von mir aus Brautknüppelschläge. Ich hatte letztens doch mehr Zeit. Ganz ehrlich, ich war doch letztens sogar langsamer und hab... Ich verstehe es nicht. Komm, geh raus und mach den kaputt. Ich bin mit dem Axtkämpfer. Hm. Ähm, ja. Ziemlich lustiges Bild. Hm. So. Kümmern wir euch mal um den Marktplatz. Flüssig wissen ja, irgendwoher die Felder dann herkommen. Das wird ziemlich knapp mit dem Haus. Das hält nicht mehr lange durch. Komm, macht's kaputt. Ja, und jagt meinen Dorfbewohner. Genau. Hm. Laufel zum Thema. Wir machen jetzt von Anfang an effektiver. Frag mich, ob das irgendwie geht. Wir können uns sehr schnell auf Türme spezialisieren quasi. So. Hm. Jetzt holen wir uns die ersten Felder. Was? Ich pack's nicht. Oh, Mann. Soviel vom Thema. Wir machen effektiver. Ja. Wir haben's ja schon erwähnt. Machen wir mal Holzfällen. Ein bisschen besser. Brauchen wir schließlich das Holz, um jetzt wieder richtig schön viele Bauernhöfe zu bauen. Lassen wir mal den Begriff Farmen beiseite. Ist ja schließlich ein Online-Begriff, um. Naja, gut. Ist ja klar. Daher kommt's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Dann gucken wir jetzt schnell nach Türmen. Wo können wir den entwickeln? Da. Hm. Brauche ich Nahrung für. Verflucht, behalt euch. So. Dritte. Was machst du? Geh da mal weg. Ich hab meinen Priester nicht mehr, um dich zu bekehren. Also stirb. Warum mach ich das eigentlich? Ich wollte doch eigentlich das entwickeln. Ihr könnt aber gern noch eine Farm machen. Schon wieder Farm. Egal. Hm. Speichern wir jetzt. Nochmal. Jetzt haben wir zwar keinen Priester mehr, aber egal. Ich glaub, der Tod des Priesters ist fast unvermeidlich wegen dem blöden Bogenschützen da. Da müsste... Unglaublich... viel gleich am Anfang glatt gehen. Vielleicht sollte ich alle doch bewundert, die ich hab, gleich auf Nahrungssuche schicken. Ich weiß es nicht. Was geht denn da schon wieder ab? Warum sind das wieder so viele? Na, das schafft ihr. Das schafft ihr. Sehr schön. Jetzt bau den verdammten Turm. Bau ihn! So. Und du gehst vor. Jetzt muss mal langsam ein bisschen was passieren hier. Hm. Nahrung geht jetzt auch voran. Gold kommt ja auch ein bisschen zumindest. Bauernhofproduktion ist an sich gar keine so schlechte Idee. Hallo? Hallo? Na gut, so lange. Na gut. Machen wir trotzdem kaputt. Hm. Das reicht jetzt eigentlich schon fast mit denen. Na gut, machen wir noch einen Reinen mehr. So. Oh nein. Da geht es ja schon wieder ab. Und du kannst ruhig aggressiv vorgehen. Genau so. Ähm. Ähm. Hm. Nein. Wieso können die so schnell zuschlagen? Das ist ja Wahnsinn. Was für eine Angriffsrate die haben. Ja, man merkt, dass die besser sind. Wir müssen irgendeinen Upgrade machen mal. Komm, werde ich. Auf den Kopf. So läuft das. Guck mal, das könnt ihr jetzt ein bisschen Holz verbrauchen. Ja. Macht euch weiter so. So. Waren wir noch einen Turm, weil es so schön war. So. Alles klar. Bauernhof. Mehr Nahrung. Das ist mal doch ein bisschen sinnvolles Upgrade. Und dann schauen wir, dass wir aufs nächste Zeitalter zu steuern. Und noch ein Axtkämpfer, der sich hier um die Häuser kümmert. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Bauplatz. Obwohl, hier können wir noch einen Bauernhof erstellen. Ähm. Warum lauft ihr einfach alle durch? Das könnt ihr doch nicht machen. Hm. Wenn da ein bisschen gejagt wird, ist ja auch alles in Ordnung. Komm. Du haust mal mit drauf. Rrrr. Aber am besten ohne selbst angegriffen zu werden. So. Bisschen tricksen, da geht das schon. Ähm. Holzfällen Angriffsreichweite habe ich ja schon gemacht, oder? Ja. Interessante Sache. Versuch mal hier zu reparieren, sonst dürfte eigentlich gehen. Hm. Oder auch nicht. Stehe. Wahnsinn, wie viel die Schiffe auf einmal aushalten. Das war auch schon mal besser. Mit dem Schaden. Komm. Mach den da hinten. Du auch. Dürfte eigentlich gehen, oder? Nee. Okay. Aber den hier dürftest du kriegen, oder? Ja. So. Endlich. Wo kommst denn du auf einmal her? Hm. 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 Kommt, jagt mal den Kompositbogenschützen. Äh, stimmt. Wir brauchen ja noch die anderen Gebäude. Wir brauchen noch einen Stall und einen Bogenschießstand. Ja. Gut. Der greift den Turm an. Das ist ja in Ordnung. Moment. Moment. Bauen wir jetzt doch mal einfach noch einen weiteren Turm hin. Und speichern noch mal. Noch mal unter Balliste. Balliste ist jetzt ein bisschen vertrauenswürdigeres Spielstand geworden. Hm. Der schmiert nämlich nicht ab. Hm. Alles klar. Du machst noch mal Farm. Bitte. Und hier wollten wir jetzt eigentlich noch Axtkämpfer erstellen, die die Sachen hier kaputt machen. Wie bei allen nur Stress. Und Probleme. Und Stress. Und habe ich schon die Probleme erwähnt? Hm. Jetzt brauchen wir bald noch einen Speer. Einen neuen, dass wir noch mal gucken, was es hier so tolles gab. Bevor wir hier irgendwie einen Dorfbewohner auf Erkundungsreise schicken. Der, keine Ahnung, nur zwei Meter vor sich sehen kann. Hm. Hm. So. Mach hier mal ein bisschen kaputt. Da geht es schon wieder ab. Aber die kriegen gut was rein. Ich glaube, ein Wall könnte ja gar nicht mal so schaden. Merke ich gerade. Kommt. Holt euch mal alle den Bogenschützen. Obwohl. Ich glaube nicht, dass das so gut klappt. Dann müssen wir den Speer ranlassen. Ich hoffe, du bist bald fertig, Speer. Komm. Hol ihn dir. Sieht doch gut aus. Brauchte ich ihn nur zum Spähen und nicht zum Kämpfen. Da brauchst du jetzt auch nicht die Lebenspunkte. Hier haben wir jetzt mit unseren Spaß. Gut, die kommen wahrscheinlich auch bald mit Katapulten. Klar. Bis dahin müssen wir zumindest ein paar Nahkämpfer da haben. Ähm. Bogenschießanlage. Brauchen wir auch noch eine. So, hier oben war noch Stein. Das weiß ich ja zumindest noch. So. Du späst jetzt mal ein bisschen. Da unten war noch Gold. Das weiß ich auch noch. Aber war hier irgendwo noch was anderes? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Hier oben können wir auf jeden Fall noch eine Lagergrube machen. Da haben wir noch Holz. Ein bisschen Stein. Noch ein bisschen Elefant. Elefant ist doch immer was Tolles. Das ist echt ein Metzelfest hier. Wahnsinn. So. Zeitalter. Los geht's. Jetzt sieht's doch ein bisschen besser aus. Das hat mich am Anfang jetzt wieder aufgeregt. Der Zerprieste gestorben. Das habt ihr auch mitgekriegt. Mensch ins Kind. Ich möchte ja irgendwann auch mal Fortschritte irgendwo machen. Hm. Da unten darfst du ruhig wieder aufbauen. Können wir fast überlegen jetzt mal zu expandieren auf die andere Seite. Aber da gibt's auch schön viel Gold. Hm. Da oben ist eigentlich nur Holz. Eigentlich schon noch relativ... Oh, oh, oh. Leute. Relativ uninteressant. Wollte ich eigentlich sagen. So. Du kommst mal weg. Bittel riskant für dich hier. Holen wir uns noch einen Axtkämpfer. Der Speer. Komm mal wieder runter und guck mal hier ein bisschen hin. Da. Okay. Geh da hin. Dann geh nach unten. Verstehe. So. Weiterentwickeln bitte. Schauen wir mal. Ob das jetzt... Oh, das geht eigentlich noch ganz gut. So, mit solchen Updates warten wir auch noch ein bisschen, bis alles besser läuft. Und du hilfst mal mit beim Steinehacken. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, da ein bisschen vorzusorgen. Gold geht eigentlich noch gut rein. Aber wir müssen trotzdem mal schauen, dass wir uns neue Goldquellen jetzt hier erschließen. Wie viel ist das insgesamt? Eigentlich genug für ein bisschen Spaß. Alles klar. Dann kommst du auch mal mit und hackst mal hier unten mit Gold. Ich glaube, drei Goldschiffe dürften dann reichen, wenn der auch mit runterkommt. Obwohl, der kann ja dann oben bleiben. Dann gehen jetzt drei runter. So. Die Tür müssen auch weiterentwickelt. Haben auch eine schöne Reichweite jetzt. Was wollten wir noch machen? Bauernhöfe. Klar. Dass wir nicht ständig nachbauen müssen. Also müssen wir trotzdem, aber nicht zu hoch ständig. Wir können ja leider keine Streitwagen entwickeln. Eigentlich schade. Punkt. Und die Glaufbewohner da. Ja, aber die Türme haben eigentlich jetzt auch schon eine ganz gute Reichweite bekommen. Wir speichern nochmal unter Ballüste. Ich weiß jetzt nicht, wie lange mein Platz noch reicht. Weil eigentlich hatte ich ja nur geplant, vom Platz her eine Mission zu machen. Aber da die Mission ja schon fast wie zwei Missionen gilt, weil ich ja ewig viele Anläufe jetzt gebraucht habe, ist das schon ein wenig gemein. Ja, Schiff. Ich hatte schon Angst. Vor, na, vor dem Katapult. Aber das ist jetzt das Einzige, was mir noch in die Suppe spucken könnte. Den Rest kann ich jetzt so ziemlich abwehren. Und da, vor dem Katapult.